Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir zeigen Ihnen jetzt alte historische Filme, die weit über 100 Jahre alt sind. Die ältesten Filmaufnahmen nach Schaffenburg von dem ehemaligen Kinobesitzer Fritz Rüth, die bei uns eingegangen sind, die wir jetzt digitalisiert haben. Sie sehen sie im Anschluss mit Erklärungen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.